Die Montage und Demontage des Zubehörs Ihrer KitchenAid Küchenmaschine mit Schüsselheber ist ganz leicht, wenn Sie diese einfachen Schritte befolgen. Um eine Schüssel an Ihrer Küchenmaschine mit Schüsselheber anzubringen, stellen Sie den Geschwindigkeitsregler zuerst auf Aus und ziehen Sie dann den Netzstecker des Geräts. Senken Sie den Schüsselheber in die untere Position ab, bevor Sie die Schüsselaufnahme auf die Fixierstifte setzen. Drücken Sie vorsichtig auf die Rückseite des Schüsselrands, bis Sie ein Klicken hören. Sobald Sie die Schüssel angebracht haben, ist das Anheben und Absenken ein Kinderspiel. Drehen Sie den Griff nach oben, um die Schüssel anzuheben und zurück nach unten, um sie abzusenken. Vergessen Sie nicht, dass Ihre Schüssel beim Rühren angehoben und eingerastet sein muss. Um die Schüssel abzunehmen, schalten Sie zunächst das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Senken Sie dann die Schüssel mit dem Griff für den Schüsselheber ab, entfernen Sie das Rührwerkzeug, fassen Sie die Schüssel am Griff und nehmen Sie sie gerade nach oben von den Fixierstiften ab. Das Befestigen und Abnehmen des Flachrührers, des Schneebesens oder Knethakens an einer Küchenmaschine mit Schüsselheber ist ebenfalls ganz einfach. Schalten Sie die Küchenmaschine zuerst aus und ziehen Sie den Stecker. Drücken Sie dann das Rührwerkzeug nach oben, ganz auf die Schlagwelle und drehen Sie es nach rechts. Dadurch wird es am Stift auf der Schlagwelle befestigt. Schalten Sie die Küchenmaschine aus, drücken Sie das Rührwerkzeug gegen die Schlagwelle und drehen Sie es nach links, um es zu lösen und zu entfernen. Diese Schritte sind für Flachrührer, Schneebesen und Knethaken identisch. Erfahren Sie mehr auf unserer Website.